Es ist wichtig, in Sonnen zu gehen. Es sind die Profi-Tipps. Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie der eine oder andere von euch mitbekommen hat, werde ich morgen nach Duisburg fahren. Dort findet ein WKU-Turnier statt. Und genau, jetzt werde ich noch einmal schnell zum Arzt fahren. Ich brauche nämlich noch ein ärztliches Attest, damit ich morgen starten darf. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und ihr seid natürlich wieder mit dabei. Auf geht's! So, der Arztbesuch ist durch. Ich bin fit. Das heißt, die Party kann morgen losgehen. Ja, jetzt nach Hause. Was schönes Frühstücken. Und dann geht es nochmal für mich ab zum Sport. Eine Runde trainieren. Abschlusstraining für heute. Jo, und dann freue ich mich auf morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's ab nach Hause. Ein paar Sachen einkaufen, morgen vorbereiten. Und dann geht's schon in aller Früh los. Ich denke mal so gegen 4 oder 5 Uhr klingelt der Wecker und dann geht's weiter. The next day. Guten Morgen. Es ist kurz vor 5 Uhr. An einem Samstag. Die Reise noch. Tschüss, wir können beginnen. Yay. Essmacup. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt angekommen beim Salmonte Cup 2020 in Duisburg. Wie ihr sehen könnt, es ist schon einiges los. Und heute Abend, ab 19 Uhr, werden hier die UFC-Campfer ausgetragen. Und dorthin, im Hintergrundbereich, dort findet gleich das reguläre Turnier statt. Ich bin gespannt, was hier überhaupt passiert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.